Hey, guten Morgen. Hey. Das, ähm, ist meine Nummer. Sehen wir uns also wieder? Ja klar. Ich ruf dich an. Na gut. Klingt eher nach vielleicht. Okay. Aufstehen! Was willst du denn? Du bist also doch heimgekommen. Aber grad so. Ich hab dich den ganzen Tag nicht erreicht. Und? Nichts und. Es gab halt viel zu tun. Die Chefin ist ausgetickt. Die flippt dauernd aus. Dass du heute ne Show in der Blue Bar hast, weißt du schon, oder? Schon wieder eine, die du flachgelegt hast? Was geht dich das an? Hat es sich wenigstens gelohnt? So wie du aussiehst, eher nicht. Du musst du dich? Wir müssen dich auslesen.